Ich mach mich vom Acker! Was zur Hölle passiert dir? Scheiße, ich fall gleich! Hilfe! Mensch, du stellst dich ja an! Hey, mach mal halblang! Warum sollte ich deine Unterwäsche waschen? Sie waschen? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Nein, vergiss es! Das geht jetzt einfach zu weit! Hey, das kannst du voll vergessen! Du weißt doch, dass nichts und niemand... Zwischen die Gefühle, die ich für dich hege, kommt? Sag mal, was soll das? Ah, ich hab's! Die Jahrgänge unterscheiden sich durch die Farbe der Umhänge. Schwarz im Zweiten. Dann war das Mädchen im Braun gestern aus dem Ersten. Ja, das ergibt Sinn. Verstehst du, wovon der redet? Geh sofort zurück an deine Arbeit, Kellner! Mir egal, ob ich auf dem Boden schlafen muss. Ist mir auch egal, ob das Essen scheiße schmeckt. Daran kann ich nichts ändern. Also leb ich damit. Aber wenn jemand von mir verlangt, auf die Knie zu gehen... ...kann er das vergessen! Ja, ich hab's! 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 Ich hab's! Ja, ich hab's! Ich hab's! Ja, 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 ich hab's!